Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickfoss. Wir befinden uns hier wieder in einem geilen Zombie-Raum und natürlich habe ich professionell wieder ein Thema vor euch bereit, was mir nämlich gestern passiert ist. Und zwar wäre das folgendes, abgesehen davon, dass ich wie immer Zombie bin. Ihr kennt doch alle das, also erstmal meine Frage jetzt, meine allgemeine Frage, bevor ihr jetzt hier mein Video verfolgt und alles. Ich würde nämlich gerne mal wissen, ihr geht doch bestimmt alle gerne mal so in Restaurants essen, oder? Und da würde ich es halt, ja genau, so einlappen. So, wir gehen aber bestimmt gerne ins Restaurant fressen, also mal so richtiger Italiener oder so. Da würde ich gerne wissen, was ist euer Lieblingsrestaurant. Also jetzt nicht so ein Name oder so, sondern generell so ein Genre. Geht ihr lieber Italiener, geht ihr lieber Grieche, geht ihr lieber Franzose, ich weiß es ja nicht. Ich bitte, lasst es mich wissen. Und da kommen wir auch gleich schon zum Thema. Und zwar, wer schon mal in griechischen Restaurants ist, oder war, der kennt ja bestimmt, dass man Usus serviert kriegt. Usus, das sind solche Art kleinen Schnapsgläschen. So, jetzt kommt die Kellnerin an. Und, ja, die kommt dann halt an und stellt halt meiner Mom irgendwie so ein Gläschen hin, meiner Sis, meinem Vater und halt zu mir. Und die beiden Gläser von mir und meiner Sis waren aber eigentlich nicht mehr zugedacht, aber die sahen halt nur so aus. Und da schnüffel ich halt kurz bei meiner Mom-Tour so einen richtig kräftigen Zufall, wie wir alle wissen. Usus riecht ja. Und da habe ich aber so kräftig eingezogen, dass ich dann den anderen nicht mehr gerochen habe und dachte, ich habe Mineralwasser bekommen. Also nehme ich den Uso, wo ich dachte, das ist Mineralwasser und habe den erstmal zur Hälfte ausgesoffen, bevor ich gemerkt habe, dass das kein Mineralwasser ist, sondern ein Uso. Boah, Leute, ich gebe euch einen Tipp, ja, wenn ihr 15 seid und sowas macht, macht es nicht. Es ist so krass, ne? Also mein Hals hat gebrannt wie sonst sowas. Es hat wehgetan. Aber ich muss sagen, dafür war der Restliche ziemlich geil beim Griechen. Ich habe mir richtig geil den Magen vorgeschlagen. Richtig geil Gürosch, Bratkartoffeln und Salat. Und der ist anscheinend rausgeflogen. Oder auch nicht. Okay, jetzt ist aber das Problem, jetzt ist aber mein Thema, was ich eigentlich nehmen wollte, ist jetzt schon vorbei. So, falls ich jetzt Zombie werde, ja, alles klar. Hab auch voll geil den Jump geschafft. So, den Zombie hauen wir mal ganz kurz raus, oder auch nicht. Mal ganz kurz, der große Dich, Snake, du bist ein Lappen. Weil Campen ist einfach Lappenhaft. Oh, guck mal, wie soll denn der Zombie da rankommen? Der ist doch chancenlos. So, mal lieber Trend, das war's mit dir, das war's. Guck mal, wo ich bin. Gleckwunsch. Oh, scheiß Moment. Gleckwunschkrieger. Bist ja richtig heftig. Also, vollbrotant. Oh, ohne Spaß. Der Lappen kann da hochkommen, wenn er auch nur ansatzweise Jump-and-Run-Skills hat. Geht in Deckung! Geht in Deckung! Also, an alle Leute, die campen. Ja, Leute, wie soll denn der Zombie rankommen? Ich weiß, euer Sinn ist ja, nicht ranzukommen, dann viel Scouts zu regnen. Aber ganz ehrlich, was ist das doch so Lappenhaft? Da regen sich alle Spieler drüber auf und ihr regt euch genauso auf, wenn ihr nicht Zombie seid. Macht's wie ich und kämpft nicht mehr. Das macht das Spiel viel lustiger und spielenswerter. Brickshot. Fuck. Richtig arm, mein lieber Snake. Richtig arm. Da kann man einfach nichts zu sagen. Aber, wie gesagt, Snakey war arm dran, als es arm ab war. Und wie immer, Zombie. Es war so... Es war einfach klar, warum... Warum sollte ich denn einmal nicht Zombie werden? Ganz ehrlich. Ich war jetzt in den letzten... Sechs Runden, ja? Ich habe ja vorhin eine Runde gehabt, da war ich nur, aber auch wirklich nur Zombie. Sechs aus neun Runden nur Zombie. Einfach... Ich war einfach chancenlos. Man hat einfach keine... Chance. Oh Gott. Ist hier einer drin? Okay, doch nicht. Wer ist jetzt doch... Ali Lamus. Ali Lamus. Das klingt irgendwie wie ein... Wie sage ich dazu am besten? Ein Muslime, ne? Muslimisch ist das. Und ich entschuldige mich auch für die neselnde Stimme, aber ich habe leider gerade... Ein bisschen schnupfen. Ich bin leider ein bisschen krank geworden. Arme ich Olli, ne? Ach ja, ne? Nur mal ganz kurz zu zeigen, dass ich das auch kann, ne? Moment. Hinsneaken. Jump. Dann, Moment, da muss man ganz an die Ecke und... Jumpen. Und wenn man halt gut ist, was sie gerade nicht war, dann schafft man das halt. So, hier ist ja... Ich sehe hier schon so ein richtiger Mensch. Ein Puff ist hier. Und den hole ich mir jetzt. Siehste? Was habe ich gesagt? Och Gott. Guck mal, die kämpfen da alle oben. Wie arm ist das denn? Mein Gott. Solche Lappen gehen mir auf den Sack. Mal ganz im Ernst. Was will man denn gegen solche Hurensöne machen? Man ist chancenlos. Ey, aber jetzt hat... Das hat mich gerade richtig angefickt, ja? Das will ich doch irgendwie mal schaffen. Ich will es nochmal schaffen, da hochzukommen. Da gibt es noch so einen Sprung auf... Äh... Irgendwas mit A war's. Diese Map, die ich auch früher immer let's played hab, die mir so geil gefallen hat. Irgendwas mit A war's, wo Johnny seinen Highscore aufgestellt hat auch. Oh Gott, ey. Wie heißt die Map? Es war irgendwas mit A. Irgendwas war's. Das weiß ich noch. Äh... Ey... Ne, ey, sowas nicht. Fuck, wie hieß diese Map? Ähm... Ich glaub irgendwas mit R oder irgendwie sowas. Egal, ihr wisst, welche Map ich meine. Vor allem die auch nur ansatzweise meine Rick for the Space geschaut haben. Äh, auf dieser Map gibt's so einen Jump. Wenn man ganz hinten bei dem Auto ist und da hoch springt, dann schafft man das manchmal. Das ist so ein sauerharter Sprung. Dann kann man, wenn man gut ist, ums Gitter rumspringen. Das ist sehr, sehr schwer. Ich hab das bisher noch kein einziges Mal hingekriegt. Ich bin da... Bisher jedes Mal in den Tod gesprungen. Ich hoffe, dass das auch nicht so bleibt. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß ja gerade, wo wirklich irgendwie... Äh... Ihr merkt ja gerade, dass ich nicht weiß, worüber ich labere, na? Das liegt daran, ich hatte mir eigentlich erhofft, dass ich das Usu-Thema, wie ich im Restaurant war, äh, ein bisschen länger aus... ...diskutieren, auskauen kann. Äh, das... Das find ich echt schade, weil... Na gut, beim nächsten Let's Play, denk ich, werd ich vielleicht nochmal wieder was mit dem Easy zusammen machen. Beziehungsweise hier, meinem Kumpel. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was macht ihr morgen an Silvester? Ist leicht. Ficken. Moment. Das ist meiner. Aha, aha. Eat my dick. Aha, eat my dick. Der hat so krass geschluckt, ja, Alter. Ach, tut mir leid, doch. Ich hatte gerade echt so lahm. Mir fällt einfach nichts ein, worüber ich gerade... Wobei doch, nee. Doch, nee, doch. Doch, stimmt, nee. Weil ich... Ach Gott. Was ich wissen will, ist, Leute, genau, was macht ihr morgen an Silvester? Erzählt mal, habt ihr Knalle gekauft? Werdet ihr dir auch irgendwelchen blöden Nachbarn reinschmeißen? Erzählt mir alles, Leute. Alles, was ich wissen will. Ab in die Comments. Am Silvester werden ja die meisten wahrscheinlich mit Kumpels unterwegs sein, aber ich muss leider familienmäßig zu Familienfreunden unterwegs sein, wo ich eigentlich gar nichts mehr so gut haben will. Naja, das sind nur Mädchen. Eigentlich ganz geil, aber... Naja, ich weiß nicht, die kann ich alle nicht leiden. Und daran liegt es nicht. Nein, ich bin eigentlich relativ beliebt bei denen. Ich glaube, die mögen mich alle. Aber ich würde am Silvester viel mit meinem... Alter! Geht in Deckung! Ich würde gern wissen, äh, was macht denn ihr so, weil, wie gesagt, mit dem Kumpel ist eigentlich viel geiler am Silvester. Das hatte ich schon mal. Ah ja, das war voll geil. Da hab ich, äh, so einen kleinen Schneemann mit meinem Kumpel gebaut. Und da haben wir uns so richtig die La Bombas genommen, haben dann mit dem Schneemann den Kopf in die Luft gesprengt. Das werde ich auch nie vergessen. Das, das ist etwas... Ich weiß noch genau, wie ich das angezündet hab, mich weggedreht hab, guckte wieder hin und der Kopf war explodiert. Es, es war einfach schön. Es war einfach schön. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein richtiger Alter, Schwede. Okay, ich leb nicht mehr. Na gut, aber wenn einer von hinten kommt, dann machst du echt nix. Leute, ich hab da einladen zu KSG, XD. Ich leck mich. Ich gehe nicht hin. Oh, ich hab da voll die Ideale, das muss ich mir ganz gut schreiben. Also, ich würd's machen, übrigens, ne? Ach ja, sowas waren übrigens... Ja, ich... Das Part, der Part kommt nämlich jetzt morgen. Um Punkt 17 Uhr am 31. Silvester online. Am 31. Silvester, ach du Scheiße. Am 31. Dezember online. Und da würd ich wissen, was waren eure Jahreshighlights? Was war das Geilste, was ihr dieses Jahr erlebt habt? Bitte alles rein, jetzt ist mir wirklich das bis hierhin, dass jetzt Play so lahm war. Oh, fuck, das... Da hab ich wohl nicht getroffen, wa? Pass auf, ich lenk den jetzt mal ab. Ich geh jetzt mal hier rein. Jetzt kommt der bestimmt... Ne, der geht doch nicht runter. Okay, dann ist er richtig gedacht. So, meine persönlichen Highlights, über die ich jetzt mal sprechen würde... Die Assassin's Creed Serie, die ich angefangen hab. Das war mein persönliches Highlight, das war einfach nur geil. Wo ist denn der? Da ist er. Das war mein persönliches Highlight, das hab ich so hart gefallen, als ich jetzt Assassin's Creed angefangen hab. Dann Assassin's Creed Unity... Hab ich ja jetzt auch fast durch. Und das war, das war richtig geil. Was war noch mein Highlight? Doch, genau wie wir im Urlaub waren. Wir waren ja einmal jetzt im Urlaub auf Malta. Und das war einfach nur richtig, 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 richtig geil. Also, da muss, da muss ich wirklich sagen, es war wunderschön. Dann gab's einmal so'n Abend, da haben wir uns als Familie unten hingesetzt, ne? Und da gab's, da hat's halt richtig gestürmt, ne? Da hat's halt, da hat's halt richtig gestürmt. Und, da war halt wirklich alles voll unten. Da mussten wir wirklich ne halbe Stunde warten, bis wir einen Platz am Fenster ergattert haben. Und dann haben wir wirklich gewartet und gewartet und dann haben wir zugesehen, wie diese Wellen da gebrandet haben. Und es war einfach nur geil. Ach, da haben die Wellen um die 20, äh, nicht 20, aber um die 10 Meter hochgespritzt an der Kaimauer. Und da wurde die Kaimauer regelmäßig überrollt. Dann saßt du drin im warmen Hotel und wusstest, genau hier passiert ja nichts. Es war einfach nur geil. Ah, meine persönlichen Highlights gehen übrigens noch ein bisschen weiter, aber ich will jetzt nicht zu sehr hineingehen. Das wäre dann doch ein bisschen zu privat. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dieser Urlaub wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Allein schon deswegen, ich habe Bekanntschaft mit einem, mit jemandem aus der Insel Afia gemacht, also aus Britannien. Und war wirklich cool drauf. Also diese Lappen, die sich über alles aufregen müssen. Mein Gott, Leute, habe ich euch von hier oben den Handy gegeben? Nein, habe ich nicht. Also meine lieben Freunde, wenn ihr Probleme bei eurer Abrissfirma habt, ruft mich an. Ich komme mit meinem Stab der Pornurzeit und reiße alles ab, auch mich selbst. I jump so high, I can't touch cloud. Ah, ich freue mich. Ich war heute übrigens hier wieder beim Training und ich habe ja wirklich geackert wie ein Gaul. Und wenn ihr mal ungefähr eine Vorstellung machen müsst, nehmt euch 70 Kilo, knallt sie euch in den Lacken und macht damit dann 10 Kniebeugen, aber richtig tief bis nach unten. So, das war es, Leute, von meinem Let's Play. Wir sehen uns dann im Jahre 2014 wieder. Habt eine geile Zeit. Bis dahin, Leute. Haut rein und schönen Tag noch.